Zwei Attacken haben uns überlebt. So, ich hebe mir mein Dynamics natürlich jetzt ein bisschen da auf für das letzte Pokémon, das heißt ich bleibe am Blizzard. Also Lichtkanone weiterhin, sehr gut. Himmelträger, du bleibst noch mal an, du lädst dich noch mal auf. Also, die würde ich gerne auch haben, das ist... ...doof. Jawohl, und die Lichtkanone trifft... Äh, Wahnsinn. So ist doch die Fähigkeit. So, dann noch mal noch mal. Dann muss das Thema Willi jetzt eigentlich auch erledigt sein, ja. Willi werde ich übrigens nicht mitnehmen. Ich werde es fangen, aber ich werde es nicht mitnehmen. Also, wie macht das mit dem Gestanktokument, dem Pflanzen-Tokument, der Superfettel, den WG-W-Eis-Tokument, die sind. Ich war nicht die Willi. Okay, also bleiben wir dabei auf jeden Fall. Wir werden uns auf jeden Fall mitfangen. Wir werden uns mit ins Team nehmen. Aber Trevor nimmt es sich mit. Okay. So. Ich hätte gerne Pflanzen-Tokument auch mehr nehmen müssen. Was haben wir denn noch mal gemahlen? Äh, Voltula. Ne, Voltula. Das ist normal Pokémon, wir haben ein bisschen, äh, die Schlaraffel gewesen, wahrscheinlich. So, wenn ihr mal auf einmal gewollt, Hula. Das ist ja auch noch kühles Team, äh, fieb ich noch ein. was der ist aber richtig gerade mit dem hübsweg er macht uns das später das ist jetzt schwierig jetzt wird es verdammt schwierig weil wir eigentlich leider haben dabei haben mindestens 3d die gegen es auf jeden fall im nachteil sind da muss man auch nicht egal ist die hälfte ja bleibt dabei genau bleibt dabei verteidigen die ganze werte steigt jetzt bei wien schwierig auch gegen den voltmuller anzukommen Wir versuchen uns heute auf jeden Fall und dann versuchen wir zur Not-Motual-Motual-Motual-Motual-Motual-Motual-Motual. Na gut, okay. Na jetzt kriegt die Paralüse. Jetzt geht man sich die Attacke dann nehmen. Deiner Spaß! Geht es hin? Wenn man mal einen Tick drauf und pusht noch mal seine Werte. natürlich probiert es noch mal das hat doch einfach mal was anderes das ist ja noch eine attack, du hast halt nur so ein Himmelsflüger oder was? ja, ich geh doch nicht, dass ich mich doch zu behaben das wäre doch deiner Mut und dann hol ich mir dieses Wolltool-Arme mit viel viel Uso dabei haben wir es jedenfalls nehmen wir mit so, dann haben wir das auch gefangen äh, ne, nicht aufnehmen, weil, jawohl, das war okay, dass du dir das jetzt mitgenommen hast so, dann so, dann ja, ja, okay, dann versuchen wir es mal zu fangen Jura ja, es muss auf Bodypress gehen ich hoffe, dass wir es jetzt heute ein bisschen mehr Glück haben alle Pokémon sind hier angeschlagen und das mach, du geh doch nicht mit dem mit dem 1 Kp baden ja, es geht schon wieder los es geht schon wieder los es geht schon wieder los die Attacke geht natürlich voll da nicht nein, ich hab nicht wissen ich kann scheiße hab sie noch ein bisschen Schallwelle da geht das von Gela baden was willst du denn noch machen mit allen Pokémon? die Stärken ist ich müsste mal ein bisschen mehr Power geben, aber es gibt nicht ach so, sehr gut ich frage sich, ich lasse mich ich kann nichts machen so, weiter so, weiter Jura holt sich natürlich erstmal die Statusveränderung und geht jetzt erstmal auf Griechen hat er den hat er den lockt ja, genau, genau, genau das ist okay weil so funktioniert das 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 kann auch gerne jetzt komplett so bleiben so, kann die Leute wieder klar back on the works back on the works so wir haben Energie das heißt ich gehe weiter ich muss jetzt natürlich was reißen mit der Deiner Faust ich finde das die genug abzütt dass ich das so, dass ich relativ schnell down für die Fallerei habe so noch 114 kp 3 schläft weiterhin sehr gut das hat die Heil etwas mehr als die Hälfte wieder heil laut geist Zelda wird sie nicht mehr mit anrichten können und jetzt kriegt sie die Deiner Faust aber jetzt werden wir gleich mal sehen die Feb da ist es ich hoffe dass es einige ist das ist nicht mehr es ist weniger als ich erwartet hatte ich muss noch mal einmal gesetzten können physische attacken das war's du bleibst du da du kommst du bist ja wieder die stein der fähigkeit so jetzt die deiner frau sind jetzt mache feierabend ja das war mir fast klar ist ja das war die idee wird fast alle warten wird du dauer nicht aber die laut war es gerade ist gebacken ja das kann doch nicht wahr sein ich habe mir so gefangen kann auch nicht sein das wäre ich nur dass wir nur so miss kriegen ja das problem ist das viecher steckt am ende noch ein bisschen was weg gut da probieren wir es wieder in der nächsten folge so liebe leute wir versuchen es noch mal ich möchte gern eigentlich was anderes heute machen aber das problem ist einfach dass mir das gerade ein bisschen auf den nervt geht dass ich das nicht weitermachen kann da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020